Und das sind einige Tourdaten von David Meiser in Deutschland mit einem finalen Special Kick im Tresor Club Berlin. David Meiser, wieder bei uns, mit einer Special Edition von Vinyl-Vinyl-Vinyl-Vinyl-Vinyl-Vinyl-Vinyl-Vinyl-Vinyl-Vinyl-Vinyl-Vinyl-Vinyl-Vinyl-Vinyl. The Spanish artist was working back-to-back with Dave Clark and Black Asteroid on his last release. The Spanish artist was followed by definerive Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.